Ja Freunde, heute habe ich mal wieder ein kleines Best-of am Start vom Stream, den wir letztens hatten. Da haben wir drei sehr, sehr interessante Packs gehabt. Ich will euch aber jetzt auch nichts spoilern. Viel Spaß beim Video. Checkt gerne noch den Link in der Beschreibung ab. Dort geht es nämlich zum Zweitkanal. Würde mich unfassbar freuen. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Hey, danke schön fürs Abo. C0, danke dir. Komm, jetzt Ägypten und Salah wäre ganz okay. Ah, ist sogar ein Schlitz, Alter. Ich glaube, das ist so unwahrscheinlich bei Afrika. Ja, moin. Auf Ansage ziehen wir aus diesen Foot Draft Rewards Salah. Auf Ansage. Auf motherfucking Ansage. Come on, Alter. Aber dieses Draft war trotzdem so eklig. Aber kann man mitnehmen, Alter. Kann man mitnehmen. Kann man auch mal klippen, das Ganze. Schaue ich mir nachher an. Vielleicht lade ich das Ganze hoch zusammen mit dem Icon Pack. Ja, moin Mo. Grüß dich. Vielleicht lade ich das Ganze nachher noch hoch zusammen mit dem Icon Pack. Oh mein Gott. Nice. Wir werden jetzt dieses Pack öffnen. Grüße zurück, Alex. Grüße zurück aus der Umgebung von Wien. Und ihr seid bereit. Und ihr seid bereit. Ich bin bereit. Es wird ein Chat Pack werden. Wir öffnen das Ganze mit der Nase. Und dann schreibt ihr mir jetzt in den Chat, was wir im Pack drinnen haben. Wahrscheinlich geht es jetzt gerade auf und der Spieler ist da. Ich bin gespannt, was wir jetzt in diesem Pack drinnen haben. Sehr, sehr gespannt. Ich mache die Musik an der Stelle lieber mal aus, um die Spannung hier hochzuhalten. Komm. Was haben wir im Pack? Pelé, Pelé, Pelé. Schreiben ganz viele rein. Klose, Pelé. Also ob wir wirklich Pelé haben. Carlos, Nakata. Oh nö. Oh nö. Der Japaner. Wir haben den Nakata gezogen. Oh man. Das gibt es nicht. Haben wir jetzt echt Nakata? Oh nö. Wir haben safe Nakata. Wir haben safe Nakata. Sau viele schreiben auch Pelé, aber wir haben safe Nakata. Wir haben safe Nakata. Oh Gott, Alter. Das ist eine schlechte Icon. Ohne Witz jetzt. So ein 82 rated ZOM hat genau dieselben Werte wie er. 86 an der Nakata ist wirklich alles andere als gut. Ach du Kacke. Ich meine 4 Sterne hat er, aber an sich ist das jetzt nicht deine Icon, die du unbedingt ziehen willst. Und ja Leute, müssen wir wohl mitnehmen den ganzen Nasen. Martin Gamer, grüß dich. Ich danke doch mal, dass du gestern beim Match zugeschaut hast. Das Ergebnis vom Match war ja nicht ganz so gut. 3 zu 0 haben wir verloren. Hm, aber... Äh, was? Hä? What the fuck? Das war jetzt aber kein Icon Pack, oder? Ich habe jetzt überhaupt nicht konzentriert hingeschaut, aber ich glaube, das war jetzt überhaupt kein Icon Pack. Das war jetzt einfach ein ganz normales Pack, oder? Was? Lineker. 88 Tempo, 91 Shooting, 86 Dribbling. Ja, lol. Ich öffne das Pack einfach ohne irgendwas und wir ziehen einfach eine Icon. Meine erste normale Icon ohne irgendein Icon Pack, die ich in FIFA 18 jemals gezogen habe. Lineker. Läuft. Ein 7,5er war das, glaube ich. Krasses Pack, Alter. Da wird es auf jeden Fall ein kleines Best aufgeben von diesem Streamchen hier. Nice. Alter, das ist sogar eine gute Legend eigentlich. Ich meine, der hat zwar nur drei Sterne, aber sonst Tempo und Abschluss gehen fit. Ja, danke Jungs für die Glückwünsche. Lineker nimmt man auf jeden Fall mit, Alter. Nice. Dispatch. Und seitlich. .